So Leute, hier an der Stelle ist das Phantom. Ihr kriegt den erst später, also die Lampe. Ihr könnt die im ersten noch nicht haben. Na bereit, mit mir eine flotte Sohle aufs Parkett zu legen? Let's dance, boogie woogie. Alles klar, Digga. Ihr könnt das noch gar nicht haben. Ihr müsst erst Mission 4 schaffen und dann wieder hierher zurückkommen. Dann könnt ihr ihn euch schnappen und dann könnt ihr auch durchziehen. So, und jetzt könnt ihr ihn euch schnappen und rein da. Und dann habt ihr nämlich das Ganze geschafft. So Leute, den Guru könnt ihr erst holen, wenn ihr Mission A4 geschafft habt, wenn ihr die Düsterlampe geholt habt. Und dann geht ihr hier rein, holt euch hier, stellt das Möbelding wieder her. Dann habt ihr unseren Buhu-Freund. Buhu, ich spiel dir üble Streich, ich bin nicht umsonst, der Spitzbube. Alles klar, Digga. Der Spitzbube ist da. Okay. Okay, das ist der Spitzbube. Okay. Habe ich die gewisse Spitzbube. Da, gib mal die Bode her, Bruder. Das reicht. Und damit ist das erledigt. Wunderbar. Und wir können hier wieder rausgehen. So, dann geht ihr mal hier rein. Und dann seht ihr, die Staffelei ist gar nicht mehr da. Auch hier, wichtig, kriegt ihr erst, wenn ihr Mission A4 geschafft habt. Headzert. Mission A4 geschafft habt und die Düsterlampe erst freigeschalten. Ist klar. Müsst ihr nochmal zurückgehen. Ich mache es jetzt hier in einem Aufwasch. So, was hast du zu lernen? Wuhu, haha, wuhu. Ach, alles klar. Ich bin Wuhu, wer bist du? Hier sind der, der jetzt richtig durchrasiert, Bruder. Gleich nochmal. Das reicht. Und rein, wird uns. Wunderbar. Dann habt ihr das auch geschafft. Gotta love them. Meine guten alten Wuhu-Freunde. Haha, das ist schon witzig. Okay. How dare you! Hey, ein Edelstein soll ich schon einbuchen. Da ist er. Unser Freund. Dubi, 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 Wuhu. Ich bin Schubi, Wuhu. Und du? Diese Dialoge, Bruder. Dafür musst du dir leider richtig die Ohren langziehen. Bang, bang. Ein, mit dir. Wunderbar. In diesen, in dieser Mission. Und zwar hier. Toll. Sollte hier zumindest so sein. Ah ja, da ist er ja. Das fällt alles auf dich zurück. Leg dich nicht mit dem Boomerang an. Okay. Manche von denen haben schon weirde Spitznamen, ey. Zieh mal da durch. So, wir gehen mal erst mal Münzen sammeln. Ja. Komm rein mit dir. und leute das da ist so richtig fies und ich geister protestieren auf allen vieren wir geben keine ruhe wir machen bambule und hier nämlich einfach durchlaufen habe ich auch ein bisschen braucht um das zu checken und sie durch alle auf jeden fall irgendwo am start jetzt hast du richtig durchschauen okay mit ihr zeit leute und zwar einmal hier es spukt ein bieber butzen in diesem haus herum viele wurden alles klar oder rein mit dir dann habt ihr hier einen buch und zeige ich euch also manchmal stellen wir ein wenig an und dann müsst ihr noch mal an das bild ran und jetzt kommt er ähm gestatten buhrokrat dieses anwesen gehört seiner majestätkönig buh bieten sie über einen passierschein a 38 samt rahmen rückkehrerlaubnis richtlinien konform gestempelt und in doppelter ausführung etwa nicht das ist bedauerlich und wird eine strafe nach sich ziehen der deutscheste buch den ich je gesehen habt ja passieren wir gleich mal richtig durch triple shot rein mit dir hast du es durch gehen wir mal durch so ihr seht jetzt der raum ist leer was so viel heißt leute der das buhu time wahrscheinlich der leichteste buhu überhaupt außer der pflicht buhu also basically müsst ihr hier eigentlich alles herstellen und dann kommt er nämlich hola senorina ach luigi ich bin don buant und die frauen fliegen auf mich wie kann man buhus nicht lieben i don't get it jetzt ziehen wir mal richtig durch bruder ich jetzt Und rein mit dem alten! Den kennt ihr sicher jetzt auch. Also Buhu Time, Leute. Gesehen hat sie bewegt. Eieiei! Computer sagt 0100. Ja, whatever. Wo ist er denn hin? Oh, er will auf mich schufen! Und rein mit dir, Mann! Love it! Wo haben wir das auch? Uhu Time! Würde ich sagen. Ah, da ist er doch. Der Oktobus greift mit seinen sich schlängelnden Armen nach dir. Komm in meine Tentakeln, Vigi. Lass dich von meinem Saugnäpfen drücken. Okay, Bruder. Vollgas. Lass den mal runterkommen. Ich muss er nur bereit sein. Wo ist denn der? Hä? Ei, 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 ei. Also so Probleme hatte ich mein Buch noch nicht. Jetzt hab ich. rein mit dir, du Otto! So, hier erstmal den Dampf runterdrehen. Hier geht's irgendwie gar nicht. Der macht doch Sinn, wenn kein Rad da ist. Ei, ei, ei. Also heute stehe ich ein bisserl am Schlauch. Das ist auch ein Buch, wo die eigentlich was gar nicht verpassen können. Jetzt den Dampf einsaugen. Ah ja. Sorry, Leute. Jetzt geht's. Da ist er doch. Wer stört denn das da schon wieder? Irgendwie habe ich es satt, immer nur der Buhmann zu sein. Okay. Okay. Voll durchballern, Bruder. Ein mit dir. Wunderbar. Oh ja. Äh. Ein Buch zu holen. Und dann führt uns unser Weg tatsächlich wieder zurück. Ah ja. Hm. Glaubst du etwa, du könntest den großen Boudini einsaugen? Ich komme jeder Schlinge. Okay, das werden wir gleich sehen, Bruder. Das werden wir gleich sehen, Bruder. Der Boudini ist ja nicht so toll gewesen. Das war jetzt aber schnell vorbei. Ein mit dir. Ja. Dann zeige ich euch den Boudini. Und zwar ist der hier drin. Ihr müsst einmal hier lang. Ja. Und dann. So. Ja. Easy. Manni. Meno, wie hast du mich bloß gefunden? Bubi ist traurig. Huhu. Sorry, Brie. Und jetzt mal richtig durchziehen. Ja, Junge. Löwen. Vollgas. Ihre. Hm, jetzt. Boogu-Time. Hm, jetzt so. Hier. da komme ich schon angeboten gewurzelt und macht ihr den wurzelbaum was oder ein mit dir und wir fangen direkt mit dem buch an da ist er gleich mal wohl und anziehe er sein schwert kein grüner gerne groß bietet ritter bunni bärt die stirn als drüger bämm 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 so jetzt hau raus den mut so rein mit dir i do it wisst ihr hier diesen pot das war es aber noch nicht so jetzt müsst ihr das ding dagegen pusten so lange bis es heiß genug wird und dann ist unserem kollegen zu warm ich bin es der regenbogen und du siehst gleich kunterbunte sterne ok und gleich nochmal und dann haben wir auch schon und rein mit dir das waren alle in welt 4 anyways derzeit zeige ich mal ein buch da ist er unser freund wuff wuff grrr dich zerreiß ich so wahr ich pudel doch gehe heiße alter bruder das ist ganz die voll durch brudy und rein mit dir ein darin ein darin da ist er unser freund ich bin wupa und ich werde dich gleich umkegeln ok wir kümmern uns erstmal um die hier ich weiß jetzt nicht ob das so eine gute idee ist da ist noch einer ok ok wo ist er denn rein mit dir Nee, brauchen wir nicht. Was labere ich denn? Wir brauchen noch mal so eine Fliehknospe. So, wir gehen dann hoch. Will ich wieder am Käse labern, der Kollege. Komm. Mit. So, damit gehen wir runter, wo wir auch gerade das blaue Buch hatten. Diese Area. Nein. Dann gehen wir einmal hier hoch. Wie ihr es gefühlt bei jeder Area machen könnt. Gott sei Dankeschafft. Leute, da geht einem anders die Pumpe. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Wenn ihr es verkackt, können wir es nochmal machen. Vor allem, wenn ihr es aufnimmt. Ja, da ist unser Freund. Also, Buhu ist am Start. Bühne frei für Mach-Boot. Mein Name schon bringt Kram und Unglick drum. Schweige stiller grüner Scherk. Okay, Scherk. Äh, da. Na dann. Schallern wir dich mal durch die Bude. Ich weiß gar nicht, ob es reicht. Wahrscheinlich nicht. Nö. Nein, mit dir. Oho. 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 I, uh. Huh? Uh. So, herzlich willkommen. Ich bleibe gleich mal ausgeblendet, weil ich glaube, da wird sich nicht viel erinnern. Der kommt gleich nochmal in den Cut ziehen. Jawohl. Wie erwartet. Aber ich blende mich dann gleich ein. Ja. Na, wen suchst du denn? Nein, ich bin nicht der König, nur mein Format. Oh, yeah. Jetzt. Gleich mal den Buhu am Anfang, da müssen wir es später nicht machen, in Stress. Auf. Und zwar geht hier einmal hier drüber. Geht dahin, wo der Luftballon war. Der fehlt jetzt, wie ihr seht. So, wir saugen die Dinger ein. Denk kriegen. Jawohl, da ist er. Bitte einsteigen in den Omnibus und los geht die rasante Fahrt durch die Schrecken des Hauses. Bitte anschnallen. Du machst jetzt gleich eine Fahrt. Zulich ist der letzte Buhu, den es gibt. Außer König Buhu am Schluss, wenn wir es durchgezockt haben natürlich. Aber ansonsten ist er das dann. Oh, das war's schon. Weit mit dir. Jetzt wird es wieder. Vielen Dank.